Auf euch? Du auch? Ich auch. Du auch? Wir freuen uns auf euch? Ja, wir freuen uns auf euch. Ah, warte. Nos alegramos de todos ustedes. Ich estoy content. A ver vos. Also, ich möchte noch schreiben, die Steffi schreibt, sehr schön bei euch. Danke, liebe Steffi. Und La Infinita, ja, das seid ihr. Herzen, die leuchten. Auch der Mann hinter der Kamera. Juhu. Und Albert schreibt, er dankt uns für die Trommeln. Und wir sind alle vereint. Bald werde ich mit Carmen, also Albert mit Carmen, in Paris, Video für die Übertragung via Internet experimentieren. Und er wünscht uns noch einen schönen guten Abend. Also, Cheat, bald Eröffnung, Cheat TV Paris. Ja, genau. Wow. Grenzenlos. Cheat TV sprengt alle Grenzen. Eine wunderschöne Zeit, eine wunderschöne Woche. Licht und Liebe euch allen. Aus ganzem Herzen. Ciao, bis nächsten Montag. Ciao. Adieu. Sabine schreibt, bitte noch fünf Minuten senden. Ja, gerade habe ich gesagt, dehnen wir die Zeit einfach ein bisschen aus. Und schon haben wir noch fünf Minuten. Also, die gebe ich frei für Wünsche, wer jetzt noch einen Wunsch hat. Unser Kameramann ist ja fast wunschlos glücklich, spontan war jedenfalls keiner da. Ja, Leonardo wünscht sich Mate und findet dazu seine Wurzeln. Komm mal ein bisschen viel. Ja, komm doch mal fünf Minuten zu uns. Ja, genau. Ich wünsche mir jetzt auch mal einen Schluck Mate, lieber Leonardo. Genau. Ich habe auch einen Wunsch an den Kameramann, der jetzt in unsere Mitte kommt. Kamera hat er bestens eingestellt. Ich hoffe schon, dass das ist. Ja, wir sind alle noch im Bilde. Genau. Ich sehe es, ich sehe es ganz genau. Wunderbar. Also, ich wünsche mir, lieber Max, dass wir dann demnächst, vielleicht in zwei oder drei Wochen, dass du dann an meiner rechten Seite sitzt. Gerne. Ja? Freue ich mich. Das wünsche ich mir sehr. Ja. Den Wunsch, den erfülle ich dir. Wow. So schnell gehen Wünsche in der Füllung. Wow. Ja. Wir könnten ja mal auch eine Wunschstunde kreieren. Und einer wünscht sich etwas, schreibt es uns allen. Und wir alle anderen gehen in diese Energie, damit dieser Wunsch Formen annimmt und zur Erde geholt werden kann. Mhm. Das machen wir. Denn ihr wisst ja, alles ist möglich in dieser neuen, wunderschönen Zeit. Okay. Generieren wir Wunschenergie? Generieren wir Wunschenergie? Boah, das klingt gut. Das klingt gut. Hey. Max. Wow. Hey. Generieren wir Wunschenergie? Da springt hier gleich das Mikro aus dem rotesten, aller roten Bereiche raus. Ja. Haben wir einen Wunschstunde bekommen? Das muss entbrechen, alles Schaltmauer. Ja, das dürfen wir uns noch selbst ausbilden. Genau. Unsere Zuschauer sind im Moment wunschlos glücklich. Also keiner hat uns einen Wunsch mitgeteilt. Traumhafte Zustände. Traumhafte. Vielleicht sind sie sprachlos, wunschlos glücklich über die Wunschstunde, die dann jetzt bald kommt. Trau sich jetzt keiner wünschen, weil das hebt man sich für die Stunde auf. Ja. Ja, ja. Wow, seht ihr das rauchen? Alle Köpfe rauchen. Alle Köpfe rauchen. Guckt mal genau hin. Jeder hat sich einen Zettel geholt. Und die Köpfe rauchen. Und jetzt fangen sie an, die Bleistüffenspitzen zu quietschen auf dem Papier. Wow, ich bin gespannt. Das wird ja werden, diese Wunschstunde. Wundervolle Idee. Ja, wundervolle Idee. Und das gemeinsame Wünsche ist so kraftvoll. Genau. Ja, so machen wir das. So holen wir unsere Wünsche zur Erde. So erfüllen wir uns unsere Wünsche gemeinsam. Ja. Toll. Toll. Das Herz öffnen und die Wünsche herauslassen. Wie gut sich das anfühlt. Spürt mal rein. Schließt mal die Augen, wenn ihr wollt. Öffnet die Herzen. Und schaut hinein, was gerade sich zeigen möchte. Euch selbst. Vielleicht uns allen. Überhaupt, es ist ganz wichtig und wertvoll, immer mal in das Herz zu schauen. Was sich euer Herz wünscht, fragt es mal. Mhm. 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 Amen. 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 Uh, 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 uh. Danke. liebe sabine sind die fünf minuten um gib uns doch ein zeichen bitte wundervoll danke gerne so dann ok ja la infinita danke leonardo das war so einladen mit zusammen ja gut noch einfach ich wünsche harmonie für uns alle la infinita danke ihr lieben ein genuss eine wunderschöne zeit euch bis nächste woche albert leonardo das gesang klang wie kommen durch die jahrhunderte hindurch in einer kathedrale oder einer riesigen höhle in meiner brust wow ja das ist noch den fluss von florenz ich kann noch nicht raus von den empfunden von diese ok ciao